Okay, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 18.12.2021. Ich muss mich ja da immer für ein Bildchen entscheiden. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet, aber es gibt natürlich noch viel mehr Themen. Könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei Bitschut, bei Telegram. Eben nicht mehr. Also bei Odyssee, bei Rumble, die sich den Trailer bei Wettnuss TV auf hohem entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.